Die Reutlinger Liberalen haben am Mittwochabend den Julius-Fohrer-Preis für bürgerschaftlichen Einsatz verliehen. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an den griechischen Elternverein Reutlingen. Ziel des Vereins ist es, die griechische Sprache und Kultur für die Kinder der damaligen Gastarbeiter zu fördern. Dafür bietet der Verein herkunftssprachlichen Unterricht für etwa 170 Schülerinnen und Schüler sowie eine Nachmittagsbetreuung an. Der Julius-Fohrer-Preis ist mit 1000 Euro dotiert. Er erinnert an den 2013 verstorbenen liberalen Stadt- und Kreisrat Julius-Fohrer.